Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Runde Minecraft Arcade. Heute zusammen mit King Scouter. Hallo, 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 hallo. Bei mir sind die Skins, ach geht schon los, bei mir sind die Skins total im Eimer. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt an der 1.8 liegt, keine Ahnung. Wir spielen heute wieder mal Mario Party. Ich bin der Wario. Und wir würfeln, glaube ich. Yes, was hast du? Sechs. Ha, arg. Oh Gott sei Dank, jetzt stecke ich niemanden mehr drin. Oh doch. Ah, ich bin ganz alleine. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber... So, ach ja, und jetzt kommt ja erstmal wieder ein Minispiel. Ich dachte schon, ich hätte gewonnen. Schade. Ich habe sechs gewonnen. Fertig. Ja, sechs gewürfelt gewonnen. Ja, es dauert ja Ewigkeiten hier. Da kann ja direkt wieder was trinken noch. Mai aber nicht. Mob Arena. Oh nein, Hero Brian schlägt zurück. In Mob Arena geht es darum, möglichst viele Mobs zu töten. Deine Mitspieler helfen dir dabei. Die Spieler mit den meisten Kills sind doof. Außer ich bin's. Ja, außer wenn ich es bin. Dann ist es natürlich nicht doof. Oh Gott. Ui. Wie bei mir zu Hause. Unter dem Bett, meinst du? Ja, genau. Stell dir vor, das wäre Staub. So sieht es unter meinem Bett aus. Das ist Staub. Ah. Deswegen staubt es immer so auf, wenn ich jemanden umbringe. Mhm. Aha. Oh Gott, der explodiert es schon wieder. Ich möchte anmerken, dass es... Naja, es leckt nicht wirklich. Es ist irgendwie... Weiß ich nicht. Es sieht so komisch aus. Wie viele Kills hast du? Äh... Ist das die Levelanzeige unten? Ein. Nein! Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber... Ja, zwei. Yay, ich habe neun. Aber somit bin ich... Ich bin auch nicht mehr zu einer Rangliste. Da haben wir heute 35 Kills. Ich habe fünf Kills. Sei du ruhig. Oh Gott. 41 Kills. Wie hat denn das geklappt? Ich weiß es nicht. Egal, die verlieren eh. Fünf Kills. So, pass auf. Jetzt... Ich zeige dir das jetzt. Sprungkraft 0. Okay. Pam! Eins. Oh ja. So muss das aussehen. Oh, ich bin schon auf Feld 5. Ich mache das heute. Ich mache den Sack zu. Oi. Ja, mache ihn zu, den Sack. Aber sowas von. Boah. Aber sowas von. Ey, ich sag's dir. Kinders. Das wird ne super Runde. Ich bin optimistisch. Ich hätte tatsächlich... Ja? Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf fünf Kills kommen konnte. Ich verstehe das nicht. Das wird mich bis zum Ende beschäftigen. Ach ja, wir haben ja schon gewürfelt. Mini Survival Game. Musst du versuchen, als letzter zu überleben. Auf der Map sind Truhen verteilt, in denen du außer zusätzlichen Items auch irgendwas anderes findest. Mini Survival Game. Ich will die Sachen kriegen in den Kisten. Wir sind noch in der Planungsrunde. Deswegen kann ich niemanden töten. Die Dramatik ist hoch. Es geht gleich los. Warum leckt denn das? Das leckt nicht richtig, aber ich hab so Frameskips drin. Das nervt. Ätzend. Ach, guck mal, weißt du? Timer, keine Sekunde Ende und da ist schon einer tot. Ey, ich bin jetzt mal nett und lass dich in Ruhe. Das ist furchtbar wirklich. Äh, furchtbar nett, meine ich. Ich bin jetzt am Ende direkt über dir gestanden, aber ich... Nein, 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 du tötest mich nicht. Nein, nein, nein. Ach so, das bist du. Ja, dann bin ich auch mal nett. So, Team, bis zum Ende. Your best friends forever. Nein, nicht forever. Nein. Ja, ich bin so geil. Also, manchmal. Ich hätt sogar noch einen Trank. Einen Trank? Das ist so, was hab ich nicht. Ich hab einen Bogen ohne Pfeile. Ich hatte Pfeile ohne Bogen. Ja, nice. Warum hab ich dich da nicht getötet? Wir hätten uns absprechen sollen. Was hab ich da? Ach, was ist das? Werftrank der Heilung? Nee, ich möchte doch nicht andere Gegner heilen. Bin ich denn bekloppt? Komm, heil sie. Wie viele sind denn da noch? Da ist noch zehn. Ich sehe... Da sind noch zehn. Das... Wann mal. Optifine habe ich ja. Äh, boah. Bist denn du da? Dann leck mich, Obruch. Nein, 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 nein. Da, la... Ja. Nein, warum krieg ich... Tornado. Nein! Nein! Fuck. Das war jetzt aber schnell. Ja, leck mich. So. Warte mal, ich mach mal hier... Justine ist noch da. Da hinten ist doch Tornado Wildfang. Ich hätte jetzt fast gerade Skype geschlossen. Aus Wut. Ich war ganz blöd. Ne, ich dachte mir gerade, ich mach mal ein paar Programme zu. Die Internet schlucken. So, hab ich... Uuuh! Achso. Ich dachte gerade, ich falle. Aber ich fliege. Alles gut. Ne, du fallst. Ich falle. Sieht los aus. Die Justine wieder. Ach, Mensch, Justi. Aber jetzt krieg ich eine 18. Ich sag's euch. Mindestens. Mit einem Sechserwürfel. Klar. Schaffst du das nicht? Klar. Komm! Sechs! Und was hast du zu bieten? Ich komm nicht aus den Würfeln raus. Drei. Du musst klicken, ne? Einfach links. Ja, ich hab geklickt, aber irgendwie ist nichts passiert. Das war das Verrückte. Okay. Bist du jetzt? Ich bist auf Platz vier zurzeit. Echt? Wo siehst du das? Wenn du auf die Uhr klickst oder auf die... Achso, das ist auch sortiert. Ah ja, das ist ja praktisch. Ja, raffiniert. Ich bin auf Platz zwei, möchte ich sagen. Und ich bin Vorletzter. Ja. Oh, Hallo Lalo. Geiler Name. Hallo Lalo. Es geht darum, das Jump'n'Run so schnell wie möglich zu meistern, der Spieler, der doof ist. Ja. Das kann ich wenigstens ein bisschen. Der Spieler, der doof ist oder das Jump'n'Run? Beides. Ich weiß nur nicht, ob das... Ich glaub, das zählt nämlich immer nur dann, wenn das einer abgeschlossen hat, wo man dann aktuell steht. Ja. Und dann kommt die Entfernung der Böcke bis zum Ziel. Ja. Aber das ist voll doof, dass der nicht speichert, wie weit man maximal gekommen ist. Also die Spieler, die praktisch am weitesten gekommen sind. Ja. Ja, das ist nämlich bei irgendeinem anderen Spiel ist das nämlich so. Und deswegen finde ich das voll doof. Das ist für Pussis. Ja, ist es auch. Aber dann ist voll hier die Taktik, eigentlich müsste man so weit kommen wie möglich und dann einfach stehen bleiben. Dann stehen bleiben. Und wenn man so weit kommt, dass man auf einem höheren Platz ist, dann kann man es auch schaffen bis zum Schluss. Ach, jetzt springt noch. Ach Gott, Mensch. Mensch. Oh, da ist schon wieder ein Sprung. Oh nein. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Ich verkack nur immer den Einsprung hier. Nein. Oh nein. Oh nein. Boah, wie viel der jetzt auf einmal oben war. Ich glaub, da waren jetzt vier im Ziel. Ach, Kinders. Und ich war so weit. Nö, ich jetzt nicht. Pam, zwei. Ah, musst du immer sagen. Was hast du denn, eine Eins? Zwei. Jedes Mal, wenn du es vorher sagst, mache ich dich nach. Das ist aber nett von dir. Du Stalker. So. Zwei. What the fuck? Oh, scheiße. Guck mal, da ist der Benni. Aus der Zukunft. 1987. Acht. So. Bei mir steht Justine HB1234 im Boden. Schön. Verdrennen. Juhu. Was war das? F5, genau. Bam, 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 wir rennen jetzt. Ging das Shift und Sprengen, oder? Äh, Shift weiß ich gar nicht. Ja, ich glaub, Shift kann man auch drücken. Ist das eine neue Strecke? Die sieht anders aus. Ja, sicher. Nee, Shift geht gar nicht. Das Bremsen oder so. Ja, super, Stefan. Ja, weil du wahrscheinlich Shift auf Shift schleichen hast. Ach, kacke, stimmt. Du, du, das hast du extra gemacht. Ja. Jetzt bin ich zumindest nicht letzter. Ah, ich hole aber gut auf. Oh, ich krieg jetzt schon Krampf im Zeige, ähm, im Daumen. Oh. Space drücken. Ja. Komm, 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 komm. In dieser Bewegung bin ich nicht mit dem Finger gefüllt. Nein, ich war dritter. Oh, ich bin erster, ich bin erster. Ich bin vorne. Nein. Drück mir die Daumen. Nein, mein Daumen tut schon so weh. Jetzt drück ich dich. Oh, bewegt ihr Pferd. Oh, bewegt dich, bewegt dich. Ja, 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 ja. Ich krieg einen Krampf im Finger. Ich krieg einen Krampf im Finger. Ach, da geht's noch weiter. Oh, mein Gott, ich krieg... Ich kann nicht mehr drücken, ich kann nicht mehr drücken. Und, 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 ja. Nein. Ich bin vierter, glaub ich. Ich bin... Oh. Nein. Wo bist du? Bist du der da unten? Boah. Erstmal den Finger abnuckeln. Erstmal gewonnen. Jetzt krieg ich wahrscheinlich zwei Einsen. Ja, nee. Ja, genau. Ah, fünf. Nein, ich hab eine vier. Und komm, Bonuswürfel. Hä, nee, ist schon vorbei. Oh, zweimal fünf. Willst du mich verarschen? Ich hab einen Goldwürfel. Du blöder, blöder, blöder Blödmann. Welches Feld bist du? Also, du bist auf Platz fünf und ich bin auf Platz... Ich bin zwei Plätze hinter dir. Drei Plätze. King of the Hill. Naja, ein Spiel, was ich nicht kann. Kommt das gleich raus. Ach, nö. Oh, da schlagen mich wieder alle runter. Ja. So ein Mobbing-Spiel. Ja, aber voll, ne? Wow, und ich bin wieder zu blöd, irgendwo hochzuklettern, weißt du? Ach, das ist noch am Anfang gar nicht mit den Schlagen hier. Die Stöcke kriegt man erst. Glaube ich. Ah, ich bin jetzt schon geschlagen. Ich bin hier weg. Komm, einfach nur hoch genug rauf. Ich find's auch immer faszinierend, dass die einen runterschlagen können, obwohl sie von hinten kommen. Ja, ich frag mich das. Ich schaff das nie. Und die schlagen mich da immer, wer weiß wo, ins Nirvana. Nein. Doch. Ist aber wirklich so. Oh. Ja, nein, in die andere Richtung. Nach oben, nicht nach unten schlagen, ihr Deppen. Ah, toll, jetzt hänge ich hier fest. Vielleicht kann man den Schlag irgendwie aufladen oder so. Ich hab nicht mal mehr einen Schock, weil ich so tief... Auf, fuuuh, jetzt bin ich in der falschen Ecke. Bist du noch gar nicht runtergefallen? Doch, aber... Ich bin... Nein! Du Bamm! Du Bamm, du! Ich schätze mal, jetzt bist du runtergefallen. Ja, aber voll. Ich bin sogar ins Nichts gefallen. So tief runter. Oh, ich bin wieder in Stockhöhe. Du Wichser, steht im Schätze. Nein! Können wir das Video abbrechen? Nee. Ist das ein Scheißspiel? Warum spielen wir das immer? Das hast du ausgesucht. Gar nicht. Na, jetzt ist auch noch eine Eins. Ja, Zwei. Boah. Ich bin ein Babbo. Gut. Jetzt kommt bestimmt ein Superspiel. Ja, ein Superspiel. Das sind nur tolle Spiele hier. Ja, ich gewinne. Wie immer. Ja, ich gewinne. Wenn ich mit dir spiele, gewinne ich immer. Nichts. Patsch zweimal die Die. Was steht da? Patsch zweimal die Zwei. Ach so. TNT Run. Super. Kann ich. Oh, das geht. Gut. Äh, explodiert das jetzt hinter einem, oder? Nein, das ist... Ja, das explodiert gar nicht. Das geht einfach weg. Aber irgendein Spiel, wo es hinter einem wegbricht. Oder wo man steht. Ja, das bricht ja hinter einem weg, aber nicht mit TNT. Also, es... Ach, mittlerweile ist es sogar mit TNT. Süß. Oh Gott, was sind das für Soundeffekte bei mir? Nee, das ist das TNT-Double. Oh Gott. Nein. Fuck. Äh. Stefan? Ja. So. Hast du einen komischen Sound von einem TNT? Ja, das ist das TNT. Das macht halt Zisch. Wie halt TNT immer so macht. Ich höre keinen Zischen, das klingt wie ein Schrein. Ah! Das war ich vorhin, als ich runtergefallen bin. Boah, nein. Und du rennst da souverän lang, weißt du. Dritter Platz, ey. Ich hätte mich warm spielen sollen. Man muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen. Also, ist ja klar, dass ich nicht gut bin, ne? Ich bin noch gar nicht warm gespielt. Ja. Dabei sind es so heiße Runden. Dann müsste man fast warm werden, aber egal. Und meine Verteidigung ist das Spiel mit Shader. Macht zwar keinen Unterschied hier, aber... Jetzt habe ich wieder eine Eins, ey. Eine Vier. Kinders, Kinders. Ich verliere ihn. Den Ersten kann man eh schon nicht mehr einholen. Naja, geht so. Feld 37. Okay, 10 Felder, ist der weg von mir. Ich bin sogar in einer Reihe runter, ey. Das gibt es doch nicht. Boah, ist das abwertend. Ja, voll. Eine Reihe runterfallen. Ja, Kinders, jetzt mach doch mal das Spiel. Stefan ist sauer. Wettrennen. Na, das könnte ich, wenn ich jetzt nicht komplett doof bin, könnte ich da sogar noch relativ gut sein. Oh, Alter, ich hasse das mit den Schwammblöcken. Komme ich gar nicht klar. Komm, auf ein faires Rennen. Und verloren. Und vorbei. Jetzt überholen die mich alle. Das gibt es doch nicht. Ich wäre gerade so weit vorne. Ich bin noch vorne. Ich bin noch vorne. Dann sei mal nicht vorne. Du hast gerade gesagt, auf ein faires Rennen. Das heißt für mich, ich gewinne. Eben. Es wäre nicht fair, wenn ich dich irgendwie runtergestoßen hätte. Was nicht geht bei dem Spielmodus, aber egal. Oh, ich hasse die Schwammblöcke. Ich nicht. Ich mag dich. Genau, ich bin Spongebob, äh, Scouter-Kopf. Nein, du bist Spongebob-Schwammblok. Schwammblok? Ah, ja. Ja. Was für ein Gag. Der war schon lustig. Meinst du, wir schaffen das, du Erster, ich Zweiter? Bist du Zweiter? Ich bin Zweiter, ja. Ich bin runtergefallen. Ja, cool. Dann bin ich Erster und du nicht. Und du nicht. Es sieht so aus, als ob weit, weit hinter mir keiner ist. Ich halte sie auf. Nein. Schwammblok nicht erwischt. Dabei bin ich doch der Schwammblok. Ich bin noch nicht einmal runtergefallen. Sollte ich nicht gesagt haben, jetzt zwei Meter vor der Ziellinie. Ich bin der King der Kong. Pam, endlich. Und ich werde es jetzt trotzdem schaffen. Und ich bin Zweiter. Ja, ich liebe dich. Weil die Idioten da runtergefallen sind. Und da ist Justin. Der Justin hat den Punkt noch gekriegt, obwohl der runtergefallen ist. Wir sind ja alle runterfallen vor dem Ziel. Voll Idioten. Oh Mann. Oh Gott. Wir sind so gut. Ja. Drei und? Fünf. Oh, nicht nach fünf. Komm, mach mir eine sechs. Gib mir eine sechs. Nach einer zwei. Die hätte ich doch auch so würfeln können. Fünf und eins. Toll. Seit wann habe ich eigentlich Lieder auf meiner Playlist mit Gesang? Seit Wild West. Ja, aber das ist nicht die Wild West Playlist. Ich bin immer noch auf dem selben Platz. Das gibt es doch nicht. Immer noch in der zweiten Reihe. Welche verbleibenden Felder hast du noch? Ähm, 35. Red and Light, Green Light. Das kann ich einigermaßen. Ich weiß, wie es funktioniert, aber ich versage immer. Du musst halt nur gute Reflexe haben. Eben. Und nicht laggen, möglichst. Jawohl. Ah, ich bin wieder am Anfang. Sieht so aus, als ob ich Erster bin. Ich bin wieder am Anfang. Ich mute mir immer zu viel zu. PAM! PAM! Ah, toll. PAM! Ja, Green! Green! Hadouken! Hadouken, Mensch! Hadouken? Ich bin der Hadouken-Mensch, ja? Komm, jetzt mach mir, mach mir, mach mir, mach mir, das ist eine zwei. Sechs. Fick dich doch. Du hast den zweiten Würfel. Ja, toll, mit dem ich wieder eine drei Würfel. Ja, eben, fünf. Fast gut. Fünf mit zwei Würfeln, ey. Ja, natürlich. Ne, bin ich nicht. Da freut sich Rainer im Chat. Ich bin sogar nach hinten gerutscht. Echt? Ich zitiere, ich zitiere Tornado, äh... Wildfang. Wildfang. Wih-Ix-er, fickt euch, ihr Schacher, ihr Huren-Söhne. Was ist denn jetzt, was müssen wir tun? Ich hab nicht aufgepasst. Ja, runterfallen. Ach so, runter, ja, runterfallen kann ich. Like-se-Tropper. Ich fall so oft. Auch in echt jetzt. Bin ein geborener Runterfaller. Oh mein Gott. PAM! Dreck geschafft, obwohl ich nichts gesehen hab. Och nee, nicht die Minen. Die Minen des Todes. Ja, aber wirklich. Ach, fick ich. Oh, nein. Yes, baby. Ja, ich bin direkt hinter dir. Nein, nein. Bist du nicht. Jetzt bin ich hinter dir. Entschuldigung. Nein. Ja, nein. Warum kommt denn da noch ein Baum? Versuche einfach, über die Bäume drüber zu springen. Ja, Mann. Fuck. Ich freu mir einen ab. Ach, du musst da unten? Bleiben. Wie bleiben? Man muss halt ins Wasser kommen. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwo unten einfach so. Das Wasser. Ja, klar ist das einfach unten. Oh. Drüber gesprungen übers Wasser. Ja. Ich hab die noch fallen sehen. Oh, wir sind die Chiefs. Oh, mein Gott. Weißt du, der Anfang total scheiße und jetzt voll super. Und ich würfel wieder eine 2 und 3. Ich seh's schon. Schreibt's in die Kommentare. Was würfel ich jetzt? Schreib zwei und drei. Fünf. Fünf. Eins. Und eine Eins. Pass auf, ich seh's schon. Fünf und. Oh, komm, bitte. Wenigstens jetzt eine Vier. Und. Sechs. Drei. Ja, genau. Und ich übersteuere jetzt bestimmt voll. Nein, ist das nice. Eine Eins und eine Drei. Hey, das ist ja. Nice. Und ich bin. Hallo. Dritter. Ich bin tatsächlich dritter. Nein. Hallo. Dritter. Ich bin dritter. Du Arsch hast mich eingeholt. Du bist dritter. Ich bin dritter. Wir alle sind dritter. Und wir spielen Minenfeld. Du Arsch hast mich ernsthaft eingeholt. Das ist ein bisschen. Aber auch so geil, weißt du? Weil ich immer geil bin. So geil, weil ich immer geil bin. Ich bin ein Junge, ich darf das. Komm, Baby. Lass mich nicht im Stich. Nein! Das war das Stich. Oh, nein. Ich finde ein bisschen doof, dass die Felder nicht weggehen, wenn man die einmal ausgubst. Ja. Nee. Nee. Ja. No way. Ja. No fucking way. Auf Anhieb. Oh, nö. Oh, nö. Und tschüss. Oh, nö. Tom, du würfelst jetzt zwei Einsen. Ja, genau. Was hast du? Fünf. Und? Vier. Fick dich. Ich hatte auch ein Fünf. Das machen die extra. Das ist voll das Mobbing-Spiel. Sayonara. Aber ich bin trotzdem jetzt ein Platz hinter dir. Also, wir sind wieder... Oh, nee. 20 Felder. Muss jetzt nur noch gewinnen. Ich bin sechs Felder hinterm ersten. Aber der kann jetzt... Gun-Gain. Die Zeit gewinnen. Oh, nö. Ja, super. Das ist jetzt... Da ist es vorbei. Vorbei. Da ist es jetzt vorbei mit lustig einfach. Das kann ich nicht. Das macht doch einfach keinen Spaß, weißt du, mit dir zu spielen. Das ist scheiße. Mit dir auch. Ja. Ich weiß. Ich habe auch immer keinen Spaß, mit mir zu spielen. Achso. Deswegen bin ich jedes Mal so genervt, weil es so langweilig ist mit mir. Kann sich einer bitte töten lassen? Ich kann es halt einfach nicht, weißt du? Alter! Das sind so Sachen, die ich einfach... Ich töte halt keine Menschen, weißt du? Das geht... Was? 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 Wie geht denn das? Schnellste Runde Gun-Game ever. Wie viele Sekunden waren das jetzt? Ich habe... Das war nicht viel. Das waren keine 20 Sekunden. Das waren nicht mal 20 Sekunden? Was hast du? Eins. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Was hast du? Hallo. Ich sehe dich. Einer Scher. Na, ich komme nicht rüber, weil ich es nicht kann. Ich komme so nah wie möglich von dir. Ich hoffe, meine Webcam-Aufnahme ist nicht wieder im Eimer, du. Ich hoffe schon. Ich wünsche es dir, wenn du mich jetzt noch überholst, dann wünsche ich es dir. Ja, ja. Komm, na komm, Doodle. Das geht dir eigentlich, das Spiel. Ja, Doodle Jump kann ich. Auf welchen Feldern springt man auf den gelben, oder? Gelb, ja. Du musst halt denn überhaupt hin, hier? Nach oben. Ach so. Jetzt weiß ich, was ich mal falsch gemacht habe. Ja. Nein. Oh Gott. Oh, die sind zu gut, sonst bin ich mal voll weit oben. Hold that chief. Fuh. Oh nein. Oh, die roten Felder sind böse. Das wusste ich auch noch nicht. Sind die böse, oder lassen die einfach nur nichts springen? Nee, dann bist du direkt wieder unten. Echt? Mhm. Wusste ich auch noch nie. Wir waren noch nie auf dem roten Feld. Aber jetzt bin ich aber gerade wirklich sauschlecht. Ich brauche kein rotes Feld. Ich fall von selbst von oben runter. Normalerweise bin ich immer voll gut in dem Spiel. Ihr wisst das. Ihr habt das schon ein paar Mal gesehen in den Videos. Das ist nur, weil der Scouter dabei ist. Es wirkt... Was? Jetzt schon? Was? Jetzt schon? Ach so. Schon einer gewonnen. Ja, ich meinte das. Ich dachte... Ach, Mann. Aber nicht mal ansatzweise oben. Aber guck mal. Ich bin wenigstens auf Tab, bin ich Platz 1. Wenigstens etwas. Mano. Du bist so gemein. Was hast du? Was hast du? Drei. Ja! Ich habe eine Sechs. Sechs. Verstehst du? Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Ich bin wieder Platz 3. Ja, dass du davon nicht bist. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Du auch. Scheiß Spiel. Hast du nicht gerade gesagt, du bist Platz 3? Nee, 4. Äh, nee. Aha. Glaube ich. Warte. Ach, kann man nicht mehr. Scheiß drauf. Ja, ich hoffe, euch hat das... Ich bin Anspruch als hier alle Ärzte für mich. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch genauso gefallen wie uns. Und wir sehen uns in einer anderen Runde Minecraft wieder. Oder in einem anderen Video. Könnt auch mal bei den KingScouter vorbeigucken. Der macht Videos. Tschüss. Tschüss. Was muss mal an einer Stimme los? Tschüss. 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 Tschüss.